Darf ich mich vorstellen? Ich bin der Coach Steve. Wer bin ich? Ja, das ist der Coach Steve. Hallo? Stefan Drehmeister. 96 Profikämpfer als Trainer gewonnen. Weltmeister 2006. Innovative Trainingsmethoden. Sie zittern ein bisschen mit den Händen. Das stimmt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Die Hilde ist ein großer Daumen-Fan. Wirklich? Sind Sie schon bei Kämpfen gewesen? Bei uns jetzt Coach Steve, glaube ich. Ja. Einen Kartoffelsalat? Kennen Sie einen Kartoffelsalat mit Speckbrecherl und Gurkerl? Den muss ich mal kurz kennen. Ich hätte auch gerne einen Kartoffelsalat mit Gurkerl. Gut. Nimm ich gern. Aber nur, wenn es keinen Aufwand macht. Coach Steve. Aber sind wir einfach bei dir. Ich bin der Coach oder Stefan oder Steve. oder was willst du? Coach Steve. Coach Steve. Nennen Sie mich alle. Gerne. Danke, Hilde. Macht aber keinen Aufwand. Nein, nein, nein. Und polnische. Polnische. Papillion. Du läufst mir in den Konter, Hilde. Konzentrier dich. Ausschütteln. Aber ist gut, Hilde. Ist gut. Und? Kleines Kätzchen. Papillion. Ja, bitte. Also. Geht doch. Danke, Hilde. Luki. Das finde ich nicht fair. Jetzt ehrlich. Nicht fair. Von mir. Der Coach Steve, der braucht dich jetzt. Und keiner kann ihm helfen. Außer du. Hilde. Hilde. Hilde, du kennst den Coach genau auf fünf Tagen. Glaubst du, du kannst mir was erzählen über den Coach? Der kommt daher und braucht was. Der will mich nur verheizen. Ich kenn das. Der hat den Klaus, er hat selber gesagt. Der Klaus hat den Finger irgendwie top gebraucht gehabt. Gegen einen Typen, der Cyborg heißt. Und den der Kind aufstellt und ich soll nach zehn Jahren gegen den kämpfen. Ich bin doch nicht blöd. Hilde, ich bin doch nicht blöd. Ich hab mir das doch nicht aufgebaut da. Aber das ist ja der Punkt. Schau, das schließt sich ja nicht aus. Das ergänzt sie ja prima. Hör mir mal zu. Der Gustl, der hat immer diese negativen, diese völlig negativen Typen. Hilde, ich hab zehn Jahre nicht gekämpft. Ich war vor zehn Jahren das letzte Mal. Gegen mich? Täglich? Gegen mich? Täglich? Ja, aber komm. Das mit Butterfly, das hab ich noch nicht. Aber sonst? Kleines Kitzchen, großes. Papel, ja. Papel, ja. Wollt ich so ab. Genau. Der frisst mich auf. Der frisst mich auf. Ich zeig dir jetzt was. Was für Hilde. Wow, wow, wow. Nicht, was... Hm? Warte, warte, warte. 2006. Ich hab so an euch geglaubt. Ich hab so mit euch mitgefiebert. Und dann habt's gewonnen, ihr seid zum Meister geworden. Dann hab ich mir das stechen lassen. Du hast unseren Rücken hielt. Ja, ich weiß. Spürt sich gut an. Luki. Hä? Das Gesicht. Die zwei Gesichter. Die könnten wieder in der Zeitung sein. Im Fernsehen. Spürst du das? Es kribbeln? Es ist doch noch in dir. Und jetzt diese ganze Energie. Und die Natur. Das ist die gesamte Natur hinter dir. Wenn du gegen diese, wie sie alle heißen, Herbert und Co. kämpfst. Gut, den Herbert hätte ich wirklich gern. Das stimmt schon. Gib da einen Ruck. Komm. Thumb of the Tiger. Thumb of the Tiger. Kätzchen. Butterfly. Luki. Sag, ja. Das heißt Papillon. Ich weiß, ja. Papillon. Ja, 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 ja. Okay, ja. Ja? Ja, ja. Jetzt sind die Patronen, die sind die Patronen. Die haben die Patronen.